Auf diesem Satellitenfilm sehen wir ein großes Gebiet mit seltsam feststehenden Wolken. So kann man unter anderem hier und hier Wellen und Rippen erkennen, die fest an ihrem Platz bleiben, ganz wie festgehalten oder gerade hier produziert. Von unten betrachtet sieht das ganze dann so aus. Die Wolkenbänder weichen nicht von der Stelle. Mehr noch, man kann die Welle förmlich sehen, die in dieses Bild passen würde. Wellenbereiche mit unterschiedlichen Drücken könnten diese Wolken hervorrufen. Die Struktur bleibt über viele Stunden so stabil, dass wir unsere Welle unverändert einfügen können.